GALICO Das ist der stilvolle Knoblauchschneider aus dem Hause Gifu. Dieses hochwertige Produkt aus Edelstahl und Kunststoff wurde von Invibo-Design entworfen. Doch GALICO besticht nicht nur optisch. Dank der leichtgängigen Mechanik und des ergonomischen Griffes sind für GALICO auch große Zehen kein Problem. Und GALICO unterscheidet sich noch mehr von einer herkömmlichen Knoblauchpresse. Denn GALICO ist ein Knoblauchschneider. Das Ergebnis faserfrei, besser verteilbar und appetitlich. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Bei GALICO wurde wirklich an alles gedacht. Herausnehmbares Schneidgitter und Schneidwerkzeug garantieren eine leichte Reinigung. Führende Köche empfehlen, nicht pressen, sondern schneiden. GALICO, der stilvolle Knoblauchschneider aus dem Hause Gifu. Alles andere als eine herkömmliche Knoblauchpresse. Gifu, genial genießen. Informationen zu GALICO und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com GALICO, der stilvolle Knoblauchschneider aus demophyt. GALICO, der stilvolle Knoblauchspe Ching! GALICO, der stilvolle Knoblauchschneider aus dem